Die Römerkirche in Aurachkirchen unterstreicht mit ihrem Ambiente wahrlich die besinnliche Stimmung im Advent. Die Naturfreunde Ohlsdorf nutzten diese Gegebenheit, um ein Kirchenkonzert zu veranstalten und für die musikalische Unterstützung sorgten hier die Maisnitzer Band inklusive den Gesängerbrüdern mit ihren Posaunen. Die Maisnitzer Band gibt es mittlerweile seit 17 Jahren. Eigentlich tourt man mit Alpenrock durch die ganzen Bühnen in Österreich, versuchen einfach das Traditionelle mit dem Modernen zu vermischen. Ganz ein spezielles Highlight ist für uns immer die Konzertrei Advent im Gebirge. Heuer das dritte Jahr, dass wir es quasi aufführen in verschiedensten Schauplätzen Österreichs, von Kirchen bis hin zu Kultursälen. Und da sind wir weniger alpenrockig und frech, sondern mehr besinnlich und ruhig und versuchen uns an die Zeit anzupassen, die Arrangements sehr reduziert zu halten und einfach ein bisschen so das Erdige, Bodenständige wieder hervorkommen zu lassen. Es ist generell eigentlich eine Zeit sehr hektisch. Im Advent, wenn man so rundherum schaut, dann wollen wir das auch beobachten in den Kaufhäusern, wie es da abgeht. Und wenn wir so eine Chance haben, wir finden immer wieder Momente auch bei den Konzerten, wo du sagst, okay, da gehört ein bisschen Ruhe ein. Und es gibt auch direkt das Konzert selber sehr viel Kraft, wo ich sage, okay, da gehört genauso Ruhe ein. Und von dem her passt es gut. Der Applaus sollte hier bis zum Ende des Konzertes aufbewahrt werden. Und so soll es auch mit unseren Kommentaren sein. Lehnen Sie sich also zurück und genießen Sie Advent im Gebirg. Ich lieb' dir an dem Ort, ich lieb' dir an dem Ort, ich lieb' dir an dem Ort, ich lieb' dir an dem Zweifel hoch. Sie sind sicher, ich lieb' dir an dem Ort, ich lieb' dir an dem Ort, ich lieb' dir an dem Ort! UNTERTITELUNG Ich möchte dich sogar noch einmal bei mir hoch. So schön kann der Advent also klingen. Wenn Sie das ganze Konzert hören oder schenken wollen, bietet sich diese CD an. Die Maisnitzer Band und das Posaunenensemble Gesänger zu Gast in der Römerkirche Aurachkirchen passen zur Weihnachtszeit. Die Maisnitzer Band und der Römerkirchen passen zur Weihnachtszeit.